So, da wären wir wieder bei The Moment of Silence auf Luna 5. Dort, wo die Irren zu Hause sind. Und das war jetzt noch milder ausgedrückt. Also echt, oh Gott, ich muss noch mal... Ai, 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 hat doch geklappt, hat doch geklappt. Ähm, jo, ha, ha, wie, hallo. So, wunderschön hier alles. Ich glaube, wir gehen mal langsam auf unser Zimmerchen. Äh, ja, äh, ja. Vor allem, oh Gott, können wir überhaupt kein Imbiss einkaufen? Das ist doch scheiße, ist das doch. Weiß wieder der blöde Dr. Jenkins, weiß der irgendwas Neues seit dem letzten Mal? Nein, die wollen nicht mit dem Hündchen. Aber es ist schön, dass hier auf Luna 5 auch Tiere zugelassen sind. Das gefällt mir. Ich bin's nochmal. Ich bin nicht blind, right? Ich hätte eine so. Äh, nein, okay, da gibt's nix. Da bin's. Mal gut. Ne, gibt nix. Äh, ja. Lassen wir den grießgrämigen Arsch in Ruhe. Wo waren unsere Kabine? Ich will jetzt endlich mal wieder mich aufs Ohr hauen, weil Peter hat wirklich schon genug mitgemacht jetzt. Also, der kann das echt gebrauchen. Die weiß doch sicher noch was Neues zu Dr. Jenkins zu berichten. Ja, bestimmt, aus dem kriegst du da wirklich einen Drehwurm, oder? Äh, ich krieg da langsam echter Drehwurm. Ich bin's nochmal, Linda. Was kann ich für Sie? Ich kann, wie, 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 wie. Erzählen Sie gern. Ah, ja. Was ist mit dem Mann im Trainingsanzug los? Ach, ja, das ist ein schwerer Fall. Wir haben ihn jetzt schon seit zwölf Wochen hier. Wut? Er gehört fast zur Familie. Zwölf Wochen? Das ist ziemlich teuer für ihn. Nein, nein. Er ist ja eingeladen von der Cubicam. Ach, eingeladen? Für zwölf Wochen? Wie kommt er denn dazu? Die Cubicam hat ihn zu einem Level-1-Gast erklärt, weil er mit seinem ersten Aufenthalt nicht zufrieden war. So? Was lief denn schief? Sind ihm die Cocktails nicht bekommen? Sie haben nicht gewirkt. Er war nach vier Wochen immer noch genauso depressiv und launisch wie vor seinem Urlaub und da hat seine Frau ihn uns zurückgeschickt. Und Cubicam bezahlt das Ganze? Cubicam garantiert für die Wirksamkeit seiner Produkte und Luna 5 garantiert optimalen Erholungswert für den Aufenthalt auf der Station. Wenn die Resultate nicht optimal sind, schenkt Cubicam seinen Gästen die zwölfwöchige Intensivkur. Krasser Scheiß. Danke. Bis spät. Die haben sie ja echt alle nicht mehr. Es ist wirklich krass, was die mit dem armen Mann gemacht haben. Kabinenbereich, genau. Wahrscheinlich war das der einzige normale. Ach ja, geht's ja zu der Tür. Hä, warum geht denn der da automatisch hin? Schischischischischisch. Äh, ja? Also halb nackte. Keine Musik mehr. Kein Vogelgezwitscher. Nichts. Aber ein cooler Zoom. Noch mal. Noch ein cooler Zoom. Ich bin irgendwie falsch, wahrscheinlich, ne? Jetzt, Leute, zoomt er schon automatisch. Ey! Hier ist deine Kabine. Geh's denn nur hin. Bitte. Da. Jetzt gehen wir da mal rein. Legen uns aufs Ohr. Oder irgendwas. Keine Ahnung. Eine Waschecke. Die haben wir schon mal gesehen. Aha. Schön. Können wir da denn irgendwas machen? Wir haben ja jetzt diesen Cocktail. Oder auch nicht. Wo ist denn der? Ah ja, hier. Gerade ist irgendwie... Die Taube haben wir auch noch. Okay, das können wir nicht machen. Das ist ein Handtuch. Nothing! Sagt er aber nicht nein gerade, ne? Na gut. Äh, ja. Äh, haben wir hier irgendwas? Ja, wir haben hier einen Tisch. Ja, guck dir diesen wunderschönen Tisch mal an. Guck dir da draufstellen, oder? Nicht? Magst du nicht? Da, vielleicht. Nicht? Da, Tischdecke. Dekorieren oder so. Welcher? Okay, und jetzt die Hauptsache. Bin ich gerade erschrocken. Ja, dann mach mal rein. Auch nicht. Was ist denn die Hauptsache, mein Freund? Aha. Okay. Und jetzt da reinschütten? Cool, lecker. Was ist das? Die kann ich mit Sicherheit noch sinnvoll verwenden. Und ich weiß auch schon bei wem. Ah, jetzt, 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 jetzt. Das sind Kapseln. Vermutlich Psychopharmaka. Sie sind schon halb aufgelöst. Eine halbe Minute später und sie wären komplett im Cocktail verschwunden. Krass, ich hab ne Idee. Jetzt weiß ich, wie es geht. Wir müssen den guten, ähm, right or wrong to be, ähm, ja, den Dr. Jenkins oder Chalkins, weiß nicht mehr, wie der hieß. Den müssen wir wahrscheinlich betäuben. Vermute ich jetzt hier mal. Mit seinem eigenen Waffenschlag. Ach, 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 ach. Das sind wir gemein. Oh, das sind wir gemein. Ich guck mal nochmal. Die Kapseln, die sind ja schon halb aufgelöst. Haben wir sonst nämlich irgendwas? Sonst könnten wir die noch ein bisschen bearbeiten. Ah! Geil! Jetzt, jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir... Glücklichmacher von Cubicam. Cool. Okay, gehen wir da mal rüber. So. Ach, ne, geht ja gar nicht. Wäääh. Cool, und wo war jetzt die Bahn nochmal? Ich will nochmal zur Bar gehen. Vielleicht hängt da eine Bar ab und wir können dem irgendwie das einfließen. Ich schätze mal, daran liegt's, also, dass wir das auf jeden Fall machen müssen. Geh ich mal stark davon aus, weil, ja, alles andere wäre ja ein bisschen unlogisch. Jedenfalls hier ist er nicht mehr, was ja schon mal cool ist. Eine Bar vielleicht? Vielleicht hängt da eine Bar rum. Äh, nein. Hey, wo gehst du jetzt wieder hin? Kommt man hier hin? Drin war die Bar, oder? Ja, die Kameraführung ist wirklich blöd. Also, selbst jetzt, wo ich weiß, wie man, ähm, ja, wie man die Hotspot-Funktion aufruft, finde ich die Kameraführung einfach nur scheiße. Da hinten ist die Bar. Da hinten ist die Bar. Ist der jetzt hier irgendwo... Ist der jetzt hier irgendwo... Vergnügen Sie sich, Mr. Wright? Kommen Sie, nehmen Sie noch einen von unseren vorzüglichen Cocktails. Was mache ich jetzt mit dem? Hm. Hm. Geht wahrscheinlich, ne? Da... Gehen wir nochmal weg und wieder hin vielleicht? Weil da kann man ja nichts machen. Gut, wieder hin. Vergnügen Sie sich, Mr. Wright. Kommen Sie, nehmen Sie noch einen von unseren vorzüglichen Cocktails. Würde ich voll gern machen, aber du blockierst ja den Platz hier. Oh, was mache ich denn jetzt? Gut, gehen wir mal zurück. Ja. Geht's nochmal einfach zurück und nochmal hin? Ich weiß sonst auch nicht. Jetzt nochmal? Vielleicht jetzt nochmal? Ich weiß nicht, wie der Sandbü Biohäu. Ich weiß nicht, wie der Sandbücher. Ich mach die Geräte. Ich hätte gern so einen Hörer. Hey, 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 hey. Du kannst mich mal. Wahrscheinlich bin ich jetzt nicht weit genug weggelaufen. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tut sich hier ja nichts. Da, 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 da. Nee. Oder doch? Hallo? Ich will dem was in Kaffee mixen. Aber das ist unmöglich. Der geht nicht weg, oder? Ich kann aber nicht mit dem reden. Alles unmöglich. Super. Habe ich hier doch noch was. No. Telefonieren vielleicht. Ja, benutzt mal. Willst du auch nicht. Nee, ich schätze, wir müssen da nochmal ganz komplett aus dem Bild gehen. Also richtig komplett. Also nochmal zurück. Zur Not sogar in die Kabine. Ich habe keine Ahnung. Und dann, weil, oh, Menschenskinde. Lauf mal so, wie ich das will, mein Freund. Also nochmal raus aus dem Erholungsbereich. Ich weiß so. Jetzt gehe ich nochmal rüber. Huh? Wieso ist denn jetzt hier? Aber der hätte es nicht schlauern. Entschuldigen Sie, Doktor. Ich bin's. Ich bin ich. Mal gut, gute Erholung. Ähm, schick ich bin. Ähm, nochmal was fragen vielleicht. Ich so. Nee. Darf ich denn's? Mal gut, du. Nee. Toll. Nichts. Das war jetzt blöd. Weil, obwohl, vielleicht kann ich ihm ja jetzt was in Kaffee schicken. Vielleicht geht das ja jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man dem jetzt die Spillen da reinschicken muss. Die Frage ist nur, wie. Probier das jetzt einfach mal. Da ist jedenfalls jetzt mal sein Platz. So, das ist ja eine Kaffeetasse. Ich bin mal gespannt, welche Wirkung das auf Dr. Jenkins haben wird. Sehr gut. Hat er jetzt reingekippt? Sehr gut. So, jetzt gehe ich nochmal weg. Und hoffe, dann... Oh, komm. Pizza. Die da ist so strotdumm. Die blickt das sowieso nicht, was wir gemacht haben. Ah, da mussten wir den Eingangsbereich komplett verlassen. Kann mir das jetzt nicht anders erklären. Jetzt machen wir das wieder. Mal gucken, ob der seine eigene Pillen verträgt. Das interessiert mich jetzt auch. So, raus. Zum Eingangsbereich. Ab zum Erholungsgebiet. Und weg ist er. Das ist doch super Sache. Schön, 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 mein Freund. Finde ich cool. Äh, wir sind hier hin. Da, gehst ja halt da rüber. Schön, du musst da hin. So. Und wo geht die Gassi mit dem Hund? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, da ist er. Ich hoffe es. So, mein Freund. Wie schmecken wir die Pillen? Er trinkt schon mal. Und schmeckt's? Wissen Sie was? Ich glaube, mir ist heute nicht so gut. Ich muss mich etwas hinlegen. Mein erster verdammter Krankheitstag in 28 Dienstjahren. Passen Sie so lange auf. Zu wem hattest du das jetzt gesagt? Zu uns? Wohl kaum. Na, dann schauen wir mal. Ah, ein Fuchs-Sendler. Da hat noch was genutzt. Super. Jo. Wir haben wir hier fertig. Wir können mal schauen, was uns das jetzt gebracht hat mit dem Fuchs-Sendler. Geht's halt mal nochmal zurück und gucken. So, hier raus. Und hier raus. Nur das ist diese eine Tür. Das kann natürlich auch sein. Ich bin ein bisschen umher, oben. Kann ich mir sagen. Ich habe überlegt, wo diese eine Tür war. Oh, vielleicht doch da drüben? Nochmal gucken. Da war doch irgendwo eine Tür. Hier ist nix. Und die da drüben. Ich such die jetzt gerade mal. Also, hier war sie definitiv nicht angewiesen. Zurück. Hier auch nicht. Ne, die war wohl doch im Eingangsbereich. Da ist die Tür. Zu der wollte ich hin. Er wird schneller, als ich gedacht habe. Ja, das war wegen. Seh mal an. Aha. Äh. Yes! Strike! Ja, drück doch mal. Jetzt haben wir einen Zutritt. Haha. Aha. Da ist da noch irgendwo etwas. Schott. Sonst nichts. Und hier. Da Anzeigetafel. Was ist das? Ah. Das scheint nicht richtig gewesen zu sein. Na, das denke ich mir. Ist ja auch auf 0, 0, 0. Sind das überhaupt Klimaanlagen oder was? Interessant. An dieser Tafel kann man Parameter einstellen. Ob ich mal probiere, was passiert? Jo, mach ruhig. Machen wir nochmal. Was hat er gesagt? Das scheint nicht richtig gewesen zu sein. Und wo kriege ich den Code her für die Parameter? Nichts zu machen. Ah, da ist auch noch etwas. Da ist noch etwas. Das Paneel gehört wahrscheinlich zu diesem Schott hier rechts. Möchte wissen, warum es abgeschaltet ist. Da ist noch etwas. Lastenkran? Da war doch gerade der Lastenkran. Wie es aussieht, werden hier extrem schwere Lasten von einer Sektion in die andere befördert. Okay. Na, da komme ich jetzt gerade nicht wirklich weiter. Hier. Auf dem Foto ist ein das ist wie so richtig. Auf dem Foto ist es wie so richtig. Ich überlege, ob ich... Ah, eine Messenger-Nummer. Das wird mir weiterhelfen. 2, 1... 2... Hunting... 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 Messenger... Nee, das... Das nutzen wir jetzt gerade irgendwie gar nicht, denke ich mal. Oder? Nee. Nee, das nutzen wir nicht. Leider. Sonst irgendwas noch. Auch nicht. Für die Wartung der Telescreens die meisten Mr. Griech muss. Ah, das ist... Auch nix. Meine Visiten kfiel praktisch. Ja, ist in Ordnung. Ähm... Nee, ich habe keine Ahnung jetzt. Aber hier war doch das... Da war doch irgendwas... Och, jetzt habe ich mich... Mr. Oss... Richtig. Okay. Moment. Leiden. Keine Sorge, das lesen wir jetzt nicht alles nochmal. Aber... Ich gucke einfach, ob da noch irgendeine Coup drin war. Ob wir da eingeben können. Da. Da. Ja. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Aber das nützt uns an der Stelle jetzt hier auch wenig. Das ist nicht kein Coup. Hier. Seltsam. Aber auch kein Coup. Nee, ich habe keine Ahnung, wo wir an den Coup kommen für das hier. Überhaupt kein Plan. Es ist ein bisschen... Blöd. Da ist diese Lastencard... Keine Ahnung. Echt nicht. Und das... Das geht ja auch nicht. Ein Druckschott. Verschlossen. Okay. Leute, ich kümmere mich da jetzt mal offscreen drum, weil das hat ja jetzt keinen Wert, hier ewig rumzustecken. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das geschafft habe. Bis dann. Macht's gut. Tschau. 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 Vielen Dank.